Ja, servus Leute! Es gibt positive Nachrichten aus dem Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, denn der neue Minister Dr. Habeck hat jetzt bekannt gegeben, dass die Umweltprämie, also die Förderung von Elektroautos im Jahr 2022, unverändert weitergeführt wird. Sie haben also das umgesetzt, was sie im Koalitionsvertrag versprochen haben. Hier haben wir dann auch die entsprechende Information des Ministeriums und der Herr Dr. Habeck hat dann auch schon klargestellt, dass nach dem Jahr 2022 die Förderung noch stärker auf Klimaschutz ausgerichtet wird. Dort wird die dann sicherlich entsprechend angepasst. Weiter sagt der Minister, wir werden in Zukunft bei der Förderung ehrgeiziger, um der Elektromobilität weiter Schub zu verleihen und den Klimaschutz zu stärken. Dazu werden wir die Förderung neu ausrichten. Das betrifft aber erst das Jahr 2023. Bis zu der Neuaufstellung sichern wir aber Kontinuität und verlängern die derzeitige Innovationsprämie bis Ende 2022. Also richtig gute Nachrichten, diejenigen, die ihr Elektroauto schon vor Monaten bestellt haben und immer noch keine Lieferung erhalten haben, die haben jetzt im Jahr 2022 trotzdem die Gelegenheit, die Umweltprämie in voller Höhe in Anspruch nehmen zu können. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die in 2021 bestellt haben, im Jahr 2022 ihr Elektroauto hoffentlich auch bekommen. Wir erinnern uns, es ist immer noch Chipmangel. Weiter heißt es, die hierfür notwendige Änderung der Förderrichtlinie für Elektrofahrzeuge ist in der Bundesregierung abgestimmt. Sie wird zum Jahresende im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt ab 1. Januar 2022 in Kraft. Käuferinnen und Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten im Jahr 2022 weiterhin bis zu 9.000 Euro Förderung. Wenn ihr also wissen wollt, wie viel ihr für ein Elektroauto tatsächlich bekommen könnt, könnt ihr in die jetzt aktuell bestehenden Regelungen schauen. Es gibt gestafelt nach Listenpreis entweder 5.000 oder 6.000 Euro aus dem Topf der Bundesregierung und der Hersteller gibt dann nochmal einen entsprechenden Nachlass zwischen 2.500 und 3.000 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuerung. Dann auch noch ganz wichtig für diejenigen, die sich für einen Plug-in-Hybriden interessieren. Plug-in-Hybride werden mit maximal 6.750 Euro gefördert, aber 2023 soll dann das neue Förderdesign greifen. Aus dieser Formulierung lese ich heraus, dass die Förderung für Plug-in-Hybride wohl ab dem Jahr 2023 zurückgefahren wird, was ich persönlich auch begrüße, denn ich gehe davon aus, dass Plug-in-Hybride auch nur eine Übergangslösung sind und bei der Weiterentwicklung der Elektroautos diese auch bald tatsächlich überflüssig sein werden. Also dafür gibt es von mir für den neuen Minister Dr. Habeck auf jeden Fall einen Daumen hoch. Da hat die neue Bundesregierung schon mal Wort gehalten, denn da stand ja auch schon im Koalitionsvertrag, darüber hatte ich auch schon mal berichtet. Die haben also Wort gehalten und das begrüße ich immer und ich begrüße natürlich auch die Förderung der Elektromobilität und freue mich, wenn im Jahr 2022 der Siegeszug des Elektroautos weiter anhält. Ja, das soll schon für dieses kurze Update-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video. Bis zum nächsten Mal.